Hey Leute, was geht ab? Ich bin's wieder, euer GameTorLeague. So, wir kommen zu einer weiteren Runde Battlefield 1. So, in der letzten Folge haben wir ja unsere Blackbath repariert und wollen jetzt hier diese Station ein bisschen aufräumen. Könnten wir wirklich was bewegen? Also gut, ziehen wir's durch. Bleibt in Bewegung. Verwirrt sie und hofft darauf, dass sie nicht merken, dass wir ganz allein sind. Feuer frei. So, erledigt. So, Mann. Ich kann überhaupt nicht treffen hier. Hey. Hey. Soldiers. Oh, der tut uns nix. Oh. Ähm. Das war ich nicht. Irgendwo müssen gleich Panzer kommen. Ich will alle deutschen Panzer brennen sehen. Zerstört sie. Jeden einzelnen. Oho. Wo sind die Panzer denn? Zeigt euch. Oh. Oh wow. Oh. 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 Der ist ausgerutscht, kann ja, kann jedem passieren Ja Wieso Jerry? Eben reparieren Ich glaube ich habe Panzer gehört So Nein, tust du nicht Juhu Ah, da Ist doch nicht sehr klug Oh nein Scheiße, ich bin am Arsch Den schaffe ich aber noch Ja Muss ich jetzt reparieren, sonst bin ich wieder tot Habe ich keine Lust drauf Ey Schnell reparieren, reparieren Guck guck Ja ja, ich habe dich gesehen Kleiner Kleiner Wicht Das war's für ihn Feindliche Gruppe nähert sich Wir sollten möglichst schnell nach Combré fahren Direkt die Hauptstraße entlang Und genau von dort werden sie kommen Edward, finde eine Position, an der wir sie erwarten können Blödes Auto Oh Ah, guck mal da, da kommen sie Da stecke ich mich Boo Haha Winzling Boah, diese kleinen Viecher, ne Oh, scheiße Halt sie ruhig Fahrer Halt sie ruhig Fahrer Halt sie ruhig Fahrer Genau so McManus Sehr gut Sehr gut Hm Panzer zerstört Bleib konzentriert Oh, ich muss mich wieder heilen Ich bin ziemlich im Arsch Oh, ich muss mich wieder heilen Halt sie ruhig 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 Also ich muss sagen, diese Soldaten gehen einem ziemlich auf den Keks Oh, da ist mal eins Oh, da ist auch eins Da sind sie Wir könnten es tatsächlich schaffen feuer frei schon lass uns jetzt nicht aaaaaaah pfff so Ruhe so erledigt Wer ist da? oh das war nicht gut was ist denn los? so treffe ich jetzt auf einmal nicht hier alles klar huh da kommen noch mehr dann verschatzen wir uns hier und kämpfen noch mehr von denen? was ihr am besten kann zerstören das kann ich nicht zerstören ich kann das zelt auch nicht zerstören was ist denn das? ich kann mauern einreißen aber keine zelte zerstören das ist ein bisschen komisch das ist ein bisschen komisch naja aha versuch das Tempo zu halten sehr gut, sehr gut, weiter oh die kommen mir ein bisschen zu nahe doch ich verschwinde aaaaaah ich verzieh mich ja ist ja gut das Zugdepot lässt sich gut verteidigt ich muss sich erst mal abhauen muss sich erst mal reparieren ich muss sich erst mal abhauen ob ich das nicht gut 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 Boah, endlich kaputt. Die Dinger halten echt was aus. Lass den Jerry doch in Ruhe. Mein Gott, Jerry ist unschuldig. Zurück, mein Freund. Du entkommst mir nicht. Oh, das war nix. Ah, doch der fährt nach vorne. So. Oh, oh. Bestimmt Raucherhusten. Oh, nee. Bitte kein Artillerie. Jetzt muss ich bestimmt wieder raus. War ja klar. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Nein, nicht der Captain. Sorry, Beth. Edwards. Edwards. Und, was waren wir jetzt? Fahrer. Wir laufen. Gute Idee. Ach ne, die arme Blackbass. 300 Panzer haben da mitgemacht. Mein Gott. Das muss bestimmt eine Schlacht gewesen sein. Das kann man nicht nur zum Abblicken. Spannende Musik. Hubert. Vielen Dank.